Heute Abend ist mein kostenfreier Live-Workshop auf Zoom, das heißt, wenn du noch nicht angemeldet bist, mach es unbedingt. Ich enthülle die drei Geheimnisse, die drei Schlüssel, wie du magnetisch wirst für deinen Traumpartner, wie du deinen Traumpartner in dein Leben ziehst, ganz ohne Tricks und ohne Spielchen, ohne Maske, sondern einfach nur indem du du selber bist und ich verrate dir drei Geheimnisse, welche Stellschraube du noch verändern darfst, damit es klappt und dein Traummann magnetisch in dein Leben kommt. Also, ich poste den Link hier unten nochmal rein und wenn der nicht geht, schau in meine Bio, da findest du alle Links, die drei geheimen Schlüssel, heute Abend 19 Uhr. Du kannst dich jetzt noch anmelden. Bis dann.